Guten Abend, eher besser, sag ich jetzt mal, nicht mal schlechter. Das war sehr, sehr gut. Ja, sehr entspannt. Wir haben noch fünf Beise zu vergeben. Die Moni kommt schon an, sie holt das nächste Kuvert. Der nächste Beise ist von der Kunst. Oder Kunst, oder Kunst, eben Kollektion, von einem Mann, der ist immer ein gar nichts vorzuschieben, wenn man gehört. Ein alter Hase, der im deutschen Urband Fake ist, der wird verschiedene Funktionen schon ausgebildet. Und aus den Zahlen, die Schülerinnen und Schüler begeistert und auf seinen Haufensteigern hinter, mit viel Enthusiasmus, mit viel Fahrtgebung, mit einem Stück nur aus ihr, hat es ein Speichert von dem Rest der Bundesländer. Es ist wohl verglichen. Wolfgang, wir haben uns kennengelernt, in Köln mehr, bei der Fotokina. Da war ich auch schon stand. Wir haben über die Fototage gesprochen. Und da möchte ich mich mal bei dir, aber auch noch bei allen anderen Reisträgern, sehr, sehr herzlich bedanken, wenn ich sehe, wie der deutsche Fotoverband dieses Projekt Fototage unterstützt hat, wie ihr auf eurer Hohenblick schwergefahren uns gemacht habt, wie ihr komplett, und es ist mir eine ganz große Ehre, was ihr da hinter euch steht. Und da ein Applaus, an den deutschen Bundesländer, bei den Wolfgang Liedsrichtern, an allen anderen Seiten. Und jetzt gibt es mir immer wieder das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg hier, in dem man selbst, wenn es uns ein großer Verwarten ist, unterstützt. Und ich habe auch schon signalisiert bekommen, dass diese Bereitschaft und auch in Wahlzeiten auch wieder besteht. Und wir haben es vor allen Dingen ganz ehrlich mit allen, die Zusammenarbeit mit Kassel-Bikantien für euch, wie das Reitungslos gelaufen ist. Da war nur ein kurzer Hinweis, und dann hat der Kommunikation da. Und ja, das war schon phänomenal. Und das ist wirklich meine innerliche Meinung. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Ich freue mich sehr, aber das haben wir auch gerne gemacht. Du machst schon mal das dieses Mal? Nein. Ganz einfach. Hier guckst du. Das ist die Kategorie. Hast du die Kategorie? Auch hier war ich, ich schließe zu, völlig überraschend. Weil ein Mann gewonnen hat. Und das war natürlich wieder sehr besonders gekommen, direkt aus der Rechnung, direkt von der Haustür. Die Geologie war sich absolut eigen. Es war ein Kind aus dem Olympiastadion in Berlin, mit einer zentralen Respektive fotografiert, fototächtig perfekt ausgeführt. Und nicht nur das Kind, von der Opa, der Götter der Schöne. Ganz einsam war ja gerade die Karaschapfektur, und deshalb begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Matthias Rümerhaus, Bad Rüschbar. Sehr schön, dass du gekommen bist. Es ist mir eine ganz große Freude, dass wir auch jemanden direkt aus dem Bahnhof der Sitz haben, der gewonnen hat, der Dien gewonnen hat. Also wir haben ja die Auswertung gemacht, die beiden Opa, dass ich nicht zu viel zu verraten habe, aber ich habe mich nicht gehört. Dieses Bild hat die Schönerie fasziniert, aber nicht nur das, sondern auch Adal von deinen Kindern waren ganz vorne mit platziert. Und deshalb eine besondere Beobachtung hat mich, dass du hier zwei geworden hast, habe ich mich gefreut. Der war zu dritt, mit Bananabinding, und war in einer großen Show. Und wir haben das Problem, ich habe da heute im Winter alle drei. Du hast im Bereich der Struktur vorne gelebt. Wie kommst du zu deinen phänomenalen Liedern? Ich habe ja auch schon lange fotografiert, mir fällt eines auch, du fotografierst sehr häufig, sehr gekommen, extrem Perspektiven, die den Liedern da haben. Und ich habe es klar, dass ich nicht mehr ansiedeln kann, Untertitelung des ZDF, 2020